Shalom, ma shlomcha, das ist Hebräisch und heißt so viel wie Hallo, wie geht's? Wir sind mittlerweile in Israel an Land gegangen, genauer gesagt in der Hafenstadt Haifa. Sehr interessant, wie wiegt ihr Kulturen und Religionen? Wir machen uns gleich auf eine Erkundungstour. Und ihr bleibt am besten gleich vor dem PC sitzen und stimmt für uns ab und votet für uns. Tora! Tora, danke schön! Ich bin gestandet weit, weit, voll